Dann haben wir irgendwann so eine Brücke im Ende, laufen dann in eine Endfestung, besiegen diese, diese, weiß ich gar nicht wie sie hießen, diese komischen Wesen, die aus dem Blöcke, und dann, ähm, holen wir hoffentlich rote Beete raus, die wir dann hier anpflanzen und uns dann von roter Beete, dem Lebensmittel ernähren. Also der, super, daraus. Eine Wasserflasche, die haben wir wahrscheinlich geangelt irgendwo. Angeln werde ich einfach jetzt wahrscheinlich offscreen machen, weil, das kann sich ja keiner ansehen. Hier muss ich auch nochmal ausbauen, hier muss ja noch dieses riesige Lagersystem rein, was ich, äh, in der Kopie, 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 Kopie habe. Das hat hier unten, äh, kann ich euch ja nochmal kurz zeigen, wie das aussieht. Wir haben jetzt zwar nichts gemacht groß in dieser Aufnahme, aber egal, äh, wo ist es da, let's, play, Kopie, 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 Kopie. Oh mein Gott, was hatte ich denn hier angerechnet? Hätte ich irgendwas mit Minecarts getestet? So. Da ist eine Schiene, da ist das ganze Netz, nämlich auch nochmal die Oberfläche praktisch angebunden. Der Neta ist nicht, der Neta ist sowieso aus. Was ja, schön ist. Das hier sieht natürlich ein bisschen eleganter aus. Uiuiuiuiuiuiuiui, ja hier, ich weiß nicht, warum das nicht wächst. Wächst dieses Zeug nicht, oder wat? Wäre ein bisschen ungünstig. Hier ist so eine Art Schwimmbad, ich weiß gar nicht, was das da... Nein, ich möchte meine PC-Leistung nicht beschleunigen. Gegen ein kostenpflichtiges Update. Hier, hier unten ist sozusagen die Schwammabteilung, wo Schwämme getrocknet werden. Ja, das muss ich auch nochmal automatisieren. Die fügt. Ach ja, hier waren irgendwie Hasen eingesperrt. Äh, hier sollen ja Kühe noch rein. Was ist denn im Rest drin? Weiß ich gar nicht mehr. Ähm, ja, Kühe. Gar nichts. Noch mal gar nichts. Ich muss nur so schön das System testen. Sollte hier jetzt gleich ein Minecraft vorbeigerauscht kommen. Hallo? Ah. Bad. Bad. Das ist normal. Das ist Minecraft 10 cm, äh, 10 cm vor allem. 20 Meter unterhalb der Schiene liegt. Äh. Minenkarren. Hm. Ach. Jetzt willst du auf einmal. Bleib da. Bis ich dich wieder rufe. Wo ist die Tür hin? Du hast die Tür gefressen. Äh, ja. Hier haben wir ja die Wiesen pflanzen. Und der Baum auch tatsächlich nicht wächst. Da oben ist die zweite Ebene. Oh Gott, ich will nicht wissen, wie lange das dauern muss, das zu bauen. Wenn wir noch in der zehnten Staffel irgendwie dranhängen. Ich weiß nicht mal, was da rein sollte. Hier ist so eine Art Monsterfalle, die nicht funktioniert so wirklich. Ich weiß auch nicht, ob ich die so umsetzen werde. Äh. Und dann praktisch hier oben, bei dem Spinnenspawner. Oder so ähnlich. Da ist er. Ja. Gibt es sonst noch was zu zeigen, was man irgendwie dann bauen muss? Äh. Gucke ich gerade noch nach. Damit wir dann die Folge hier auch beendet kriegen. Oder die zwei Fol- Ich weiß es nicht genau. Sagt, sollte ich auf Kursfahrt irgendwie... Hatte ich ja im Blog gesagt, wenn ich da Internet haben sollte, gibt es nächste Woche hoffentlich eine Folge. Ansonsten, äh... Ne. Aus offensichtlichen Gründen. Wird nämlich ein bisschen schwer. Außer ich nötige Herr D.K. dazu, das irgendwie zu machen. Ich weiß nicht mal, wie ich das machen wollte. Dass er es macht. Nun gut. Dann würde ich an der Stelle sagen, äh... Sehen wir uns dann... ...der nächsten Aufnahme. Warte. Gehe hier in... Jetzt in die... Verstörende Geräusche auf D.K.'s Seite. Hallo Leute zu... ...Dingenskirchen Minecraft Let's Indie. Wir machen diesmal eine etwas längere Aufnahme wieder, weil... Äh... Ich weiß sonst nicht, was ich an Folgen raushauen kann. Kingdom erschwere ich jetzt nicht auch noch anfangen, damit ich nicht 10.000 Aufnahmen auf der Platte habe. Für die eine Woche, die ich nicht da bin. Deswegen mache ich jetzt erstmal einfach für diese Woche, weil ich... Wie gesagt, nicht weiß, ob ich da überhaupt was hochladen kann. Äh... Einfach... Minecraft Let's Indie. Also wenn ich was hochladen kann, werdet ihr feststellen in der Woche jetzt, dass, äh... Ungefähr drei Folgen Minecraft rauskommen, von diesem hier alleine. Und noch ein Let's Leo, was morgen rauskommen soll. Äh... Ja. Und was dann auch noch rauskommen soll, ist, äh... Let's... Äh... Dingenskirchen Let's... Online, genau. Ein Forbi? Habe ich gehört. Wo ist er? Zombie. Hallo? Skeletor. Gut, ich gehe wieder rein. Ich gehe knacken. Verstörendes Schnarchgeräusch aller Zeiten. Ja, Herr DK wird bestimmt auch gerne reinkommen, wenn er es denn könnte, aber er ist gerade... krank. Deswegen kann er leider... Konnte er leider heute nicht zu mir kommen und muss deswegen über Skype, äh... anwesend sein. Ja. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum er jetzt nicht mitmacht. Stirb. Geht doch. Eigentlich würde ich jetzt Ark spielen. Ich habe auch gerade irgendeine Lust auf Ark. Das macht Sinn. Du wolltest Ark spielen, aber hast keine Lust auf Ark. Eigentlich würde ich jetzt Ark spielen, meine ich. Spiel was anderes. Was? Keine Ahnung. Was bleibt denn übrig? Also, es bleibt noch übrig. Ähm... Na, Cars and Order 2. Und... Terraria. Das ist sehr viel. Gut, was könnten wir denn bauen hier? Obwohl, ich wollte eine Sache in Ark nochmal ausprobieren. Alter, du bist der Ark-suchtig. Oder... Ruhl. So, fresse ich den letzten Backfisch. So, dann hol ich als nächstes den Kochlachs raus. Hier müssten wir eigentlich ein Einhorn einsperren, aber wir haben leider keine Einhörner im Spiel. Deswegen wird das leider etwas schwieriger. Komm, ich schläg den Kakao mal ab. Äh... Kakao ist Gartenzeug. Offiziell. Oh. Monster-Sachen-Tierprodukte leg ich mal ab, den... Nemo. Weil ich keine Verwendung für den habe. Nemo? Gut, ich wollte was bauen, aber ich weiß nicht was. Nemo nenne ich hier grundsätzlich die Clown-Fische. Ah. Weißt du, was ich bauen könnte in der Welt? Nemo. Nemo. Ach, komm, YOLO. Ja? Ich mach den auch Netzplay. Von Ark. Oder wie? Von was wohl, Rick? Ark? Ark? Du musst doch... Du hast so lange... Ja, aufgenommen. Lange. Wir haben... Wurdenberg ungefähr noch 10 Folgen geführt, die nicht rausgekommen sind. Du weißt, hoffentlich schön, dass einige davon nur im Shortcut sind, zu sagen. Ja. Einige, viele. Aber jetzt muss ich was drücken. Da hinten geht's zur Stadt, aber da wollen wir jetzt nicht hin. Wo geht's denn hier lang? Hm? Shooter-Getter. Saved. Hier geht's irgendwo gar nicht lang. Weil... Ach gut, so wissen, die Lachser heilen drei. Keulen. Wir bereiten drei und dann noch ein weiteres. Ob das jetzt so wirklich die Erfüllung ist, dass man hier einen Weg verbreitert im Let's Play? Ich glaub, diese Drecksarbeit wollt ihr euch eigentlich gar nicht ansehen. Mach doch einfach dieses Short-Zeug. Das was? Das Short-Zeug. Das Fast. Fast. Hm? Dann zeigst du einfach alles in diesen Fast-Modus. Nee, ich mach dann solche Sachen einfach off-screen, weil die will niemand sehen. Glaub ich auch. Ja, hier unten kann man irgendwie wenig machen, weil, äh... Bis ich da mal mein riesiges Bahnsystem unter der... Straße gelegt habe mit allen möglichen Funktionen, das dauert noch. Oh Gott, man hört jetzt bis hier die Artenmusik. Die wird gleich leiser. Damit machst du die ganze Mucke hier kaputt. Spiel doch mal mit Kopfhörer. Hört was immer noch. Gut. Jetzt sehe ich noch mal den normalen Laufstärken. Wir brauchen mehr Eisen, glaube ich.